Musik Sie werden auch Frisuren sehen, die für den alltäglichen Gebrauch ganz hervorragend sind. Und es geht nicht nur um Frisuren, sondern es geht auch um Make-up. Also freuen Sie sich auf die Models und das Team von Ulrike Milder. Lauf die Freie! Sie sind auf dem Kühl für die ersten Models, wo ich applaudiere. Das sind doch nun wirklich außerordentliche Kreationen, oder? Ein bisschen mehr Enthusiasmus hier. Und auch ein Willkommensapplaus für Herrn Emmmann. Gehört zum Team von Ulrike Milder. Herr Embahn, das ist die zweite Frisurenshow, die wir heute hier jetzt erleben, auf der Frühjahrsmesse im Autohaus Weizmaier. Aber es sind fast alles neue Gäste mit dabei, deswegen möchten wir von Ihnen wissen, wofür steht der Salon von Ulrike Milner? Ja, erstmal ein herzliches Willkommen. Der Name Ulrike Milner steht für Mode, Frisurenmode mit Qualität. Frisurenmode vom Kopf bis Fuß, wir umfassen das gesamte Paket, was Schönheit angeht. Ebenso machen wir Isolrike Milner auf ausdrückte Heilpraktiken, sie bietet also auf Heilung der Hypnose an, weil das auch ein großes Thema in unserem Geschäft ist. Und wir sagen immer, schön sein, damit ihr sich auch wohl fühlt. Das heißt, wer ausdrücklich begeistert, wer ausdrücklich gesehen hat, so kombiniert hier diese Heilpraktikersache mit den Frisuren, mit den ganzheitlichen schönen Seiten. Ja, wenn man sich von innen her aus wohlfühlt, dann trägt man das natürlich auch ganz besonders gut nach draußen. Bevor wir auf die Live-Frisur und das Lighten-Hack-Up eingehen, haben wir das erste Roll hier. Welche Frisur haben Sie dort gestylt? Ja, das ist unsere Denise. Sie hat einen natürlichen Lumpf, wir haben besondere Bilder auf die Farben gelegt bei ihr. Das Ombre, das Flottens kombiniert zusammen, das ist im Moment der Läder. Gleichzeitig das Make-Up, das ist sehr ausgefallen, es ist neuer, das ist zwar, es sind die goldenen Linden. Fast wunderbar zu klein, wäre also eine super Sache, auch in ihrem Alter schön wegzugehen, irgendwo in die Disco oder sich einfach schön zu präsentieren. Für jeden Anlass, aber was viel, viel wichtiger ist, Sie schauen sich auch den Typ Mensch an. Ja, Sie sprechen mit den Menschen, Sie nehmen sich Zeit für die Menschen und beraten dann ganzheitlich, was man Make-Up und Hairstyling-mäßig am besten machen könnte. Genau, so sieht man es zum Beispiel jetzt bei dem nächsten Programm unserer Nicole. Ein ganz anderer Typ, ein ganz anderer Charakter, eine ganz andere Art von Frisur. Wir sind in der Innok aktiv, wir präsentieren jedes Mal eine neue Mode, die rauskommt. Wie jetzt zum Beispiel bei diesem Herdenmodell, das hier vorne steht, das ist wie im aktuellen Modesten im Moment. Es ist ein klassischer Schnitt, sehr ausgefasst, sehr flippig, progressiv gestylt, man kann es super tragen, wenn man am Wochenende weggeht. Es kann aber genauso gut auf der Arbeit im Büro oder sonst irgendwo getragen werden, es ist nicht zu extrem und ich finde, das ist also auch eine gute Kombination. Na und ich finde, das erste männliche Modell könnte noch mal einen Sonderapplaus bekommen, oder? Also der erste Platz auf der Weltmeisterschaft ist zweifelsohne eine hervorragende Leistung. Dieses Wettbewerbspeeling auch an unsere Mitarbeiter weiterzugeben, was sich natürlich dann auch in dem Geschäft sehr gut auszahlt für die Kunden, weil wir an den Kunden einfach favoritativ sehr hochwertig dadurch arbeiten. Und es ist eine tolle Gelegenheit für die Mitarbeiter sich auch, selbst weiterzuentwickeln und auch die Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ich bin in Australien angefangen, bis über Hongkong, New York, Abu Dhabi, London, Paris, Montrö in St. Poges hat sich gearbeitet. Das ist im Prinzip eine Vorher-Nachher-Show hier. Die linke Seite ist noch ohne Frisur, ohne Make-up und die rechte Seite damit gezeigt, was man machen kann. Und wir haben aus den USA etwas ganz Neues mit dabei, das sind wir auch an den Rädern ganz besonders gut. Richtig, auf der rechten Seite habt ihr unsere Henriette, die war in der iDRAW-Bar, was auch sehr, sehr ausbruchstark ist, sehr, sehr schön. Es wird sehr häufig gemacht, es ist jetzt nicht nur was für einen Tag, sondern wirklich kann man nicht ein verlänglicher Wimpern. Man kann das jetzt Spaß einbauen, wie jetzt zum Beispiel, wir suchen hier einen schönen Schmuck für die Frisur. Wir haben ein Team von Produkten, die wirklich ihre eigenen Wünsche verwirklichen können. Wenn es gerne irgendwelche Accessoires nicht zu kaufen gibt, dann werden sie eben selbst gerade hergestellt. Das ist besonders toll für Hochzeiten oder auch bei jungen Mädels, für Abliebende oder Ähnliches. Aber auch einfach für besondere Anlässe, wenn Sie eine außergewöhnliche Frisur haben möchten, wenn Sie vor allem Ihre Wünsche verwirklichen wollen, was die Frisur hat, oder auch das Make-up. Gehen wir mal zu dem anderen Model, was dort gerade mit Make-ups bestellt wird. Auch das ist ein ganz besonders großes Thema, weil eigentlich nicht nur Make-up von den Farben her, sondern auch von Accessoires, mit diesen Steinchen zum Beispiel. Was ist da alles möglich? Also bei der Jena sieht man gerade, sie erarbeitet ein Make-up. Das ist also wirklich für eine Ghana-Veranstaltung, für eine ganz besondere Veranstaltung. Mit diesen Schmucksteinen, die auf die Haut zugebracht werden, mit den Farben, die zur Frisur passen. Was sehen wir jetzt bei dir? Bei der Valentina haben wir eine Frisur gemacht. Auch sehr wunderbar, sehr groß am Hinterkopf. Eine schöne tolle Malabfahrerkopf gemacht. Schöne Accessoires eingearbeitet. Einfach auch was Besonderes. Wir hatten wieder nach Wunsch für Hochzeitsbesuchen und Ähnliches. Schauen Sie mal, meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind ja auch Besuche, die man so für jeden Tag in Anspruch nehmen kann, oder? Auch das gibt es von Ulrike Müller auf ihrem Team. Also alles, die ganze Fachbreite im Bereich Besuchen, Make-up, damit ganze Beratung, ganz, ganz vieles, bei Ulrike Müller auf ihrem Team in Baden-Hausen. So, die Live-Visur, das Live-Megap ist auch fertig. Das sieht so toll aus, dass das nochmal einen Sonderapplaus gibt. Es ist zugegebenermaßen ganz außergewöhnlich, aber es ist doch auch ganz toll, etwas so Besonderes zu sehen und zu wissen, dass Sie hier in Baden-Hausen so besonders tolle Geschäfte und solche Künstler haben, die so außergewöhnliche Arbeiten dann erinnern. Genau, bei beiden Modellen sieht man halt, dass man sehr viel machen kann. Sei es das Make-up, sei es die Frisur, sei es eben Accessoires eingearbeitet, die Haare und die Hochstückfrisur. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Models und das Team von Ulrike Müller aufs Baden-Hausen. Einen super Abschlussapplaus für diese aufwendigen Arbeiten und ein herzliches Dankeschön an meinen Sprechspartner. Und ich möchte Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben uns so ein bisschen inspiriert. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann wiedersehen, bei uns im Talon, damit auch wir Ihnen einfach was Schönes zeigen haben und machen dürfen. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank für die Wirkung hier bei der Frühlingsmesse Spring Feeling im Autohaus Karlsmeier Badenhausen. Bis zum nächsten Mal.